Vulkan Produkte stehen für einen sicheren, zuverlässigen und komfortablen Betrieb von Antriebsanlagen. Um dies zu gewährleisten, verfügt das Vulkan Test Center über ein einzigartiges Prüffeld mit 16 Prüfständen für alle möglichen Betriebszustände. Während der Entwicklungsphase neuer Kupplungen und während der Produktionsprozesse werden Vulkankupplungen hier geprüft. Die hohe Qualität der Vulkankupplungen basiert auf dem ständigen Austausch zwischen TVC, Test Center und Entwicklung. Auf den Prüfständen werden sowohl torsionale als auch lineare Schwingungen getestet und ihre möglichen Auswirkungen innerhalb eines Antriebsstrangs simuliert. Im Vulkan Test Center können alle wichtigen physikalischen Größen gemessen werden. Die Vulkan Prüfstände können Kräfte von bis zu 630.000 Newton und ein Drehmoment von 5 Millionen Newtonmetern aufbringen. Das entspricht 63 Tonnen Gewicht oder drei Reisebussen bzw. 40 VW Golf bzw. einer Gesamtleistung von 30.000 VW Golf. Die maximale Größe der Prüfobjekte liegt bei Durchmessern von bis zu 2,50 Meter und einer maximalen Länge von 14 Metern. Für die Tests ist die Belastung der Kupplung höher als bei normaler Nutzung. Die Kupplung wird unter festen Bedingungen wie Frequenz und Temperatur und sowohl statisch als auch dynamisch unter realistischen Lastbedingungen getestet. Auch Lebensdauertests, Überlasttests und zerstörende Versuche werden durchgeführt. Gleiches gilt für die elastischen Lagerungen. Vulkan trägt durch seine umfangreichen Prüfverfahren an einzigartigen Prüfständen zur Grundlagenforschung bei. Durch seine zuverlässigen Prüfungsergebnisse hat Vulkan wie Festlegung von Auslegungsvorschriften der Klassifikationsgesellschaften mitgestaltet. Anhand der herausragenden Daten und der langjährigen Erfahrung kann Vulkan für jedes Schiff und jede Antriebsanlage die richtigen Komponenten auswählen. So kann in Zusammenarbeit mit allen Vulkan-Fachabteilungen die perfekte Kupplung und die ideale elastische Lagerung entwickelt werden. Diese genau abgestimmte Berechnung der Produkteigenschaften sorgt damit für den gewünschten Schutz und Komfort.